Hallo Leute und herzlich Willkommen bei Let's Play Silent Hill Downpour! Der einzige Teil, den ich bis jetzt noch nicht Let's Played habe. Und ich freue mich tierisch auf das Let's Play. Und ich weiß, dass einige von euch das Spiel auch erwartet haben und sich wahrscheinlich ebenso freuen wie ich. Ja, ich möchte auch gar nicht lange rumquatschen. Ich kann doch dazu sagen, einige interessiert das ja immer. Ich spiele die Xbox 360 Version und das Spiel ist auch nicht blind. Ich habe das zum Release schon einmal gespielt, das ist aber jetzt auch glaube ich zwei Jahre her. Also werde ich mich an einige Sachen bestimmt erinnern können, aber höchstwahrscheinlich auch nicht an alles. Ich gehe noch mal ganz kurz in die Optionen rein. Genau, die Untertitel sind nämlich an, das ist sehr schön. Ja, ich habe gerade schon mal ganz kurz angespielt, eine Testaufnahme gemacht und ich würde sagen, wir starten jetzt ein neues Spiel und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Silent Hill Downpour! Ah, die Helligkeit! Okay, ich werde es ein wenig heller machen, damit ihr auf YouTube überhaupt noch etwas seht. Ich denke, so wird das passen. Und wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad normal und Rätsellevel auch normal. So, jetzt aber viel Spaß bei Silent Hill Downpour! Ja, und da sind wir auch schon mit unserem Hauptcharakter Murphy. Ein Insasse in einem Gefängnis. Jaja, ich komme ja schon. Ich kann auch bestimmt irgendwie rennen, oder? Oder hier noch nicht. Na, wir gehen ihm einfach mal hinterher. Okay. Aha. So, jetzt werde ich erstmal schauen, wie das hier mit der Steuerung ist. Drücke A, um mit Türen und anderen Objekten in der Umgebung zu interagieren. Okay, was haben wir hier? Gar nichts. Wir konnten uns... Ja, genau, so konnten wir uns umschauen. Das wird später noch sehr nützlich sein. Nein, ich glaube, ich habe meine Meinung nicht geändert. Und er hat gesagt, er hat auf der Bank etwas für mich hinterlassen. Ja, ich kapiere, was du meinst. Ich weiß nur nicht, ob das hier besonders nett ist. Er hat auf jeden Fall etwas vor, von dem die Wachen Bescheid wissen. So, die auch nochmal aufdrehen. Ich muss auch dazu sagen, von der Story weiß ich so gut wie gar nichts mehr. Da habe ich alles vergessen oder verdrängt, wie auch immer. So, jetzt sind alle aufgedreht, oder? Dann schauen wir mal. Oh, hier auf der Bank. Was ist das hier? Ein Holzstück? Und da ein Messer. Achso, kann ich das nicht nehmen? Bist du, Gott. Ich hab die Hälfte. Was ist das? Oh, das ist das? Was ist passiert? Wo ist Sewell? Es ist ein Fehler. Ich bin ein Präsenzell. Du solltest nicht hier sein. Guards? Officer Sewell? Hallo? Du kennst mich nicht, hast du? Was? Nein! Guards! Guards! Anybody? We used to be neighbors. Guards! Open the goddamn door! Help somebody! This is a violation of my rights. Who the hell do you think you are? When I talk to the warden, I... No one's listening. Help! Jesus, help me! Oh nein. Drücke X, um anzugreifen. Ich möchte ihn eigentlich gar nicht angreifen. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber gut, wir wissen ja auch nicht, was er getan hat. Na, komm her. Au! Warum? Heb eine andere Waffe auf. Okay, wo war denn das Messer? War das hier vorne in der Ecke? Er verteidigt sich auch gar nicht, ne? Oh Gott. Ich möchte nicht... Ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht. Ah! Okay, jetzt können wir zuschlagen. Oh? Gah! Oh! Why? You know exactly why. Did I wake you, Pendleton? Come on, rise and shine, Cupcake, you know the drill. Guess today's a big day, huh? Tell you the truth, I'm sort of sorry to see you go. Prisoner secure, open 302B, transfer. Open your door. Let's go. Let's go. Come on. Come on. Come on. Come on. Untertitelung des ZDF, 2020 Also die Mithäftlinge grölen hier ganz schön Und die Musik ist einfach toll, auch wenn sie nicht, wie bei den anderen Silent Hill-Teilen, von Akira Yamaoka ist Ich finde sie trotzdem total schön Ja, ja, Leute Ja, tschüss Wir sehen uns wieder, können wir hier eigentlich auch rennen? Nein Ja, tschüss Und es ist natürlich nicht so, dass Murphy entlassen wird Ganz und gar nicht Er soll nur verlegt werden Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe Well? Well, guess this is it No fond farewell? You gonna miss us? Not even a little Give it a couple of days at Wayside Max I bet you'll start to miss this place after all Cause we sure are gonna miss you Move them out! Move the key Gonna miss you I dont really� All yours now, sugar. Let's get this done. Yeah, all right. You heard the lady. Mount up. What we got here? Pendleton. Get on the bus. Buckle up. Get cozy. We got a long ride ahead of us. We got a long ride. We got a long ride ahead of us. We got a long ride ahead of us. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist weit genug. Geh ihr an den Boden auf den Boden, jetzt. Hände wo ich sie sehen. Geh es. Geh es einfach. Ich bin nicht mehr weg. Ich habe gesagt, auf den Boden, jetzt. Ich war nur für Hilfe. Und du hast einfach verloren, deine Kots in der Prozesse? Geh das Buhl-Shit. Das ist dumm. Oh, können wir uns jetzt entscheiden, ob wir ihr helfen? Aber natürlich helfen wir ihr. Hang on. I'm slipping. Oh Gott. Don't let go. Don't. Shit. Dammit. Ja, shit Murphy, das kannst du laut sagen So ihr Lieben, ich würde sagen Das war es an dieser Stelle mit der ersten Folge Silent Hill Downpour Neue Folgen kommen immer täglich um 17.30 Uhr Und ich hoffe, euch gefällt das Projekt Wenn ja, dann zeigt es mir gerne Indem ihr einen Daumen hoch gebt Würde mich sehr freuen Und dann sehen wir uns morgen in der zweiten Folge wieder Bis dahin, tschüss!